Fernand Paul Braudel war ein französischer Historiker der Annales Schule. Leben und Wirken Innerhalb der Ecole des Annales gehörte Braudel zur zweiten Generation, wobei er ab den 1950er Jahren zum einen durch sein direktes Schülerverhältnis zu den Gründervätern Marc Bloch und Lucien Fepvre und zum anderen durch sein umfangreiches eigenes Werk zur bestimmenden Figur dieser Phase der Annales Schule wurde. Ab 1924 unterrichtete Braudel als Lehrer an verschiedenen Gymnasien im damals französisch beherrschten Algerien. Zuerst in Konstantine und später in Algier. 1932 kehrte er nach Europa zurück und war von 1932 bis 1935 am Lycée Pasteur und am Lycée Henry IV. in Paris tätig. Danach führte ihn ein Lehreraustausch nach Sao Paulo in Brasilien. Auf der Schiffsreise zurück nach Europa lernte er den späteren Betreuer seiner Habilitationsschrift, Lucien Fepvre, kennen. Ab 1937 wechselte er an die Ecole Pratique des Hautes Etudes in Paris. Dort stand er im Austausch mit seinem Lehrer Lucien Fepvre und begann an seinem späteren Hauptwerk zu arbeiten. Die Arbeit daran war durch den drohenden Krieg mit Hitler-Deutschland überschattet. Braudel wurde schon 1938 zum Militärdienst eingezogen. Während des Westfeldzuges geriet er bis 1945 in deutsche Kriegsgefangenschaft, die er auf der Zitadelle Mainz und bei Lübeck verbrachte. Im Offizierslager 12b Mainz und im Ofleck XC Lübeck war Braudel Rektor der Lageruniversität und hatte Zugang zu Bibliotheken. Braudels zu großen Teilen in Kriegsgefangenschaft verfasstes Hauptwerk, das er 1949 als Habilitationsschrift veröffentlichte, ist das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philips II. Darin entwirft Braudel eine Universalgeschichte des Mittelmeerraumes zur Zeit Philips II. von Spanien. Das monumentale Werk von ursprünglich über 1200 Seiten ist dabei in drei Teile gegliedert. Jeder dieser Teile entspricht einer bestimmten Zeitebene, mittels derer sich Braudel je verschiedener Vergangenheit zu nähern sucht. Während der erste Teil sich mit der Geschichte des Menschen in der Landschaft in seiner Beziehung zu einem geografischen Milieu beschäftigt, geht Braudel im zweiten Teil auf die Geschichte größerer Strukturen wie Staaten, Gesellschaften, Kulturen usw. ein. Der dritte Teil orientiert sich an der traditionellen Geschichtsschreibung mit ihrer Betonung der politischen und militärischen Ereignisse, wobei Braudel selbst immer wieder die Bedeutung individueller menschlicher Handlungen relativiert. 1970 wurde Braudel in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Ein bedeutender Schüler Braudels ist der Sozialwissenschaftler Immanuel Wallerstein. Zeiteben Insgesamt unterscheidet damit Braudel drei Zeiteben. Die unterste Schicht wird gebildet von einer langsam fließenden Geschichte, in der Veränderungen kaum wahrnehmbar sind. Einer ist zwar quasi immobile, die Braudel auch Geoist war nennt. Diese Zeit ist die der Naturerscheinungen, in der alle Bewegungen in einem Kreislauf an ihren Ausgangspunkt zurückkehren. Es ist dies die Geschichte der Täler und Gebirge, der Inseln und Küsten, des Klimas, der Land- und Seewege. Die darüber liegende Schicht ist jene, die später besonders mit dem Begriff der Languedure verbunden wurde. Es ist die Zeit der in langsamen Rhythmen verlaufenden Geschichte, der größeren sozialen, kulturellen, ökonomischen und politischen Strukturen, die einen Zeitraum von ein, zwei Jahrhunderten umfassen können. Ganz an der Oberfläche befindet sich letztlich die Geschichte der Ereignisse, die ist zwar eben mentielle. Geschichte lässt sich nach Braudel nicht verstehen, wenn nur diese letzte Ebene betrachtet wird. Vielmehr erscheinen die menschlichen Ereignisse wie bloße Wellen auf der Oberfläche des Stroms der Geschichte, ohne deren tieferen Grund zu berühren. Sein Hauptinteresse gilt somit nicht der Ereignisgeschichte, sondern er orientiert sich an der fast unbeweglichen Zeit der Naturerscheinungen. Er konzentriert sich also auf zeitlose Phänomene und beschreibt etwa, dass in der Regel Bergbewohner konservativer sind als die Bewohner der Ebenen oder dass die Atria immer eine Kulturscheide war. Für diese langsamen Zeitabläufe prägt Braudel den Begriff der Longeduré. Diese Bezeichnung wurde auch von anderen Analysehistorikern aufgegriffen, ohne aber damit immer dasselbe zu meinen wie Braudel. Das wichtigste Werk vernannt Braudels ist aber die Trilogie Civilization Materielle Ökonomie e Kapitalisme XVXVIIe Siel. Braudel untersucht in diesen Bänden die Entwicklungen und Einstufung der Wirtschaftssysteme. Lokalökonomie des Tausches und kleiner Märkte, Marktwirtschaft als Ausgleichssystem unter normalen Wettbewerbsbedingungen. Kapitalismus und Weltwirtschaft als Antiökonomie. Wirtschaftssysteme können nur dann optimal funktionieren, wenn diese drei wirtschaftlichen Stufen arbeiten können. Diese Einstufung von Wirtschaftsebenen kann heute ein Ansatzpunkt für optimale Regional- und Strukturpolitiken sein. Werke La Méditerranée Lélemonde Méditerranée in A.L. Epoque de Philippe II. Paris 1949 Deutsch als Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. Surkamp, Frankfurt am Main 1990 ISBN 3-518-580-566. La Lange d'Oré in Annalis 1958 S. 725 bis 753 Deutsch als Die lange Dauer in Schriften zur Geschichte B.D. 1 Gesellschaft und Zeitstrukturen 1992 S. 495 bis 87 mit Michel d'Oré in La Méditerranée Sternchen 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 ungültig 1977 bis 1978 Deutsch zuletzt als Die Welt des Mittelmeeres Zur Geschichte und Geografie kultureller Lebensformen Fischer TB, Frankfurt 2006, ISBN 9783596168538 Civilization Materielle Ökonomie e Kapitalisme Armenkullen, Paris 1979 Deutsch als Sozialgeschichte des 15. 18. Jahrhunderts Kindler, München 1985-1986 Sternchen-Sternchen-Sternchen-Parameter-Konflikt Verschachtelte Zitationsvorlagen Sternchen-Sternchen-Sternchen ungültig 1985-1986 La dynamique du Kapitalisme Art out Paris 1985 ISBN 2-0808192-4 Deutsch als Die Dynamik des Kapitalismus 2. Aufl Klett-Kotter, Stuttgart 1991 ISBN 3-608-9309-3-0 L'identité de la France Art out Paris 1986 Deutsch als Frankreich Klett-Kotter, Stuttgart 2009 ISBN 9-7-8-3-6-0-8-9-4-6-4-4-4 Le Modelle Italien Art out Paris 1989 Deutsch zuletzt als Modell Italien 1450-1650 Wagenbach Berlin 2003 ISBN 3-803-1-2-4-5-7-3 Schriften zur Geschichte Klett-Kotter, Stuttgart 1992 bis 1993 Sternchen-Sternchen-Sternchen-Parameter-Konflikt Verschachtelte Zitationsvorlagen Sternchen-Sternchen-Sternchen-Ungültig Wie Geschichte geschrieben wird Wagenbach Berlin 1998 ISBN 3-803-1-2-3-2-6-7 Geschichte als Schlüssel zur Welt Vorlesungen in deutscher Kriegsgefangenschaft 1941 Klett-Kotter, Stuttgart 2013 ISBN 9-7-8-3-6-0-8-9-4-8-4-3-1 Punkt Autobiografisches Personal Testimonie In Journal of Modern History 44-1972 Nummer 5 S 448-467 Wie ich Historiker wurde In Schriften zur Geschichte Band 2 Menschen und Zeitalter Klett-Kotter, Stuttgart 1993 ISBN 3-608-93159-7